Servus, ich bin der Marco, ich bin 18 Jahre alt. Ich lerne den Beruf als Schilder- und Lichtreklamehersteller bei der Firma Gradedesign in Winterbach. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Bei uns ist es so, dass wir die komplette Bandbreite bieten wollen. Und das heißt praktisch gerade beim Auto oder bei Plakaten, Postern etc. Vom Entwurf bis zur Produktion, wir bieten unseren Kunden an, alles vollständig machen zu können. Gerade die Autobeklebung ist das Einfachste. Dann Messestände entwerfen und die Platten dann bekleben. Gerade für zum Beispiel manche Messestände wird natürlich häufig Digitaldruck verwendet. Oder halt ganz simpel das Plotten, eine Polienrolle einspannen in den Plotter und dann halt das Logo rausschneiden, dass man davor schön angefertigt hat. Ja, man sollte auf jeden Fall ein ruhiges Händchen mitbringen. Man sollte ein bisschen das Auge mitbringen. Was kann ich wie noch verändern, verschönern. Ruhe ist eventuell auch gar nicht so schlecht, weil man muss sich komplett konzentrieren. Ich mache jeden Tag was anderes eigentlich. Digitaldrucke laminieren. Mal kommt dann doch ein Siebdruckauftrag, dann ganz normales Plotten. Das kommt natürlich häufiger vor. Ich kann nicht sagen, dass ich irgendein stupides Geschäft habe, das immer gleich ist. Weil das ist immer irgendwie anders und dann muss man sich da wieder Gedanken machen, wie kriege ich das da hingeklebt. Und das ist halt das Schöne, dass man so viel machen kann. Und so sind das halt so Kleinigkeiten, die den Alltag echt irgendwie besonders machen.